Die 217-Division war ein Großverband der preußischen Armee im Ersten Weltkrieg. Gliederung, Reserve-Kavallerie-Abteilung Nummer 47, Fußartillerie-Bataillon Nummer 77, Reserve-Pionier-Bataillon Nummer 17, Terminenwerfer-Kompanie Nummer 427, Divisions-Nachrichten-Kommandeur Nummer 217. Geschichte Die Division wurde am 8. September 1916 an der Ostfront zusammengestellt und war dort bis Kriegsende im Einsatz. Anschließend trat sie im Verbund mit der Heeresgruppe Mackensen den Rückmarsch vom Balkan über Ungarn in die Heimat an. Hier wurde die Division bis 4. Januar 1919 demobilisiert und schließlich aufgelöst. Gefechtskalender 1916 08 bis 20. September, Reserve der Heeresgruppe Voyage 21. September bis 18. Oktober, Kämpfe in der Dobruggia 19. bis 21. Oktober, Schlacht von Top-Reisar Kobadinu 22. bis 25. Oktober, Einnahme von Konstanzat Chernavuda 25. bis 26. Oktober, Verfolgungskämpfe in der Nord-Dobruggia 27. Oktober bis 15. November, Reserve der Heeresgruppe Mackensen 3. November bis 14. Dezember, Stellungskampf in der Nord-Dobruggia 05 bis 16. November, Küstenschutz in uns bei Konstanzha 23. November, Donauübergang 01 bis 5. Dezember, Schlacht am Agisch 6. Dezember, Einnahme von Bukarest 09. bis 20. Dezember, Verfolgungskämpfe an Jalomita, Prahova und Buzaul Ab 15. Dezember, Verfolgungskämpfe in der Nord-Dobruggia 1917 bis 5. Januar, Verfolgungskämpfe in der Nord-Dobruggia 5. Januar, Einnahme von Braia 6. Januar bis 21. Juli, Stellungskrieg an Putna und Seret 22. bis 25. Juli, Abwehrkämpfe am Seret 26. Juli bis 9. Dezember, Stellungskrieg am Seret und Susita Ab 10. Dezember, Waffenstillstand an der rumänischen Front 1918 bis 7. März, Waffenstillstand an der rumänischen Front 08. März bis 18. April, Kämpfe zur Unterstützung der Ukraine 19. April bis 30. September, Besetzung der Krim 30. April bis 1. Mai, Einnahme von Sevastopol 29. September bis 7. Oktober, Kämpfe gegen bulgarische Aufständische bei Sofia 01. bis 29. Oktober, Rückzugskämpfe in Mazedonien und Serbien 29. Oktober bis 2. November, Übergang über Seif und Donau Ab 12. Dezember, Rückmarsch der Heeresgruppe Mackensen vom Balkan durch Ungarn Kommandeure Untertitelung des ZDF, 2020